ARD Text im Auftrag von Funk Leon! Erinnerst du dich noch an letzte Woche, wo ich dich genau an dieser Stelle hier gefragt habe, ob du ausziehen willst? Ja, wir sind letzte Woche ausgezogen aus diesem Haus, mussten aber jetzt wieder einziehen, weil ja, es ist etwas... Oh my God! es ist ein geiles haus glaubt mir und wir werden wieder aufbauen vertrauen wir sagen wir und los geht diesmal habe ich ein echtes haus geholt leute haus steht leer das ist unser neues haus das ist schon cooler oder altes alter oder wir haben hier ein riesiger fläche von 20 quadratmetern das haus das allerbeste ist leute es verdeckt das alte kakaus guckt euch das an so muss es sein leute wollen wir mal reinschauen oh mein gott hier haben wir ein bisschen mehr das in einem anderen kakaus natürlich das ist auch ganz echte sie gestein ihr seht das ja einfach nur schön und vielleicht wird auch schon richtig nice ja wir haben es der letzte mal schon gesagt aber diesmal kann ich mir nicht vorstellen wir nehmen die wohnung das haus das nehmen wir gemeinsam diesmal nicht abgetrennten wohnungen mag ist scheiße warte mal wir kommen ja gar nicht mehr kommen ja gar nicht richtig rein wenn wir keine schüssel haben da 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 wo hast du denen hergebrucht da wie ich sage haben wir auch einen schlüssel für die wohnung lea hier mit die offizielle schlüsselübergabe hier lea die schlüsselübergabe hier lea die schlüsselübergabe nice jetzt wohnen wir offiziell hier Also es macht wirklich mega spaß hier drin zu wohnen, es ist etwas kalt hier drin, würde ich sagen. Wir brauchen Möbel und ich würde sagen, die klauen wir uns jetzt aus unserem anderen Haus. Okay. Klaue die Stühle. Ja, die Stühle, ja. Geil. Okay Leute, wir haben schon das erste geklaut. Wir brauchen noch einen Tisch. Geil. Ich würde sagen, wir gucken mal noch, was wir im Haus finden, was wir klauen können. Ich klaue die Pflanze. Lea, lass doch. Ich hab mal eine Patrasse geklaut. Sehr gut. Lea. Dann-di-dam-di-di-dam-di-da. So, lade. Zack. Ey, das sieht doch schon richtig schön hier aus, ne? Eine Pflanze. Ein Esstisch. Jetzt wird nur noch ein bisschen Besteck und dann haben wir es, glaube ich. So. Ah, 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 was macht ihr da? Was soll ich denn scheiße? Ähm. Was macht ihr? Wir müssen die Sachen klauen, weil wir ziehen aus, Mom. So. Wir haben es beschlossen. Ja, die ziehen aus. Sag, ob ihr ausziehen. Warum wollt ihr ausziehen? Ja, guck doch mal, guck doch mal vor. Guck doch mal, was wir da schon stehen haben. Ach du Scheiße. Ja. Ja, guck. Ey, wir können doch nicht in meinen Garten ausziehen, ne? Doch, wir ziehen aus. Meine Sachen, bereich ich hier. Mach Sachen. Nein, wir werden jetzt ausziehen. Ich bin da die Schnauze vorhin. Ah, Besteck aber auch. Alles, was ein Herz begehrt. Ich bin so groß und wir kommen doch und wir sind. Hahaha. Ich werd da schon versorgen, dass die gleich wieder einziehen. Ich hab ja hier noch meine Geheimwaffe, ne? Also ist ja nicht so, dass die jetzt hier so ausziehen können. Das ist meine Geheimwaffe. Ich hab ja hier diese tolle, präparierte, super Kanone. Spitze Kanone wird jetzt gleich das Haus zerstören. Ah, Lea, es ist so schön, dass wir jetzt essen können, was wir wollen, Lea. Ja. Verdien dich, verdien dich, ahhh. Was war das? Nichts, Lea. Alles ist gut. Moritz? Moritz? Oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße? Was war das? Was ist da passiert? Ey! Was ist passiert? Es bricht ein. Nein! Wo ist das für ein bisschen rein? Oh mein Gott, wir müssen rein! Was ist passiert, Mann? Oh mein Gott, wir müssen raus! Wir müssen raus! Ey, Lea ist doch drin, Lea! Komm raus! Komm raus, Lea! Komm raus! Ah, ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Hahaha! Was hast du getan? Was hast du getan? Hey! Was ist das, sie seit 80 Jahren fand so ein bisschen Luft? Oh! Sie hat eine Nadel! Oh! 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 Oh mein Gott, hier ist das Loch! Jetzt muss es wieder gehen! Oh mein Gott, es geht wieder! Ja! Oh! Unser Haus lebt wieder! Es ist viel schöner als euer Haus! Ja, das ist ja wohl ein Schiss! Okay, meine Freunde, das war ein Angriff auf unser Haus! Sehr hinterlistig! Deswegen, meine Freunde, ich fühl mich hier nicht mehr sicher! Fühlst du dich hier noch sicher? Nein! Das Haus ist schön, aber der Ort ist scheiße! Wir müssen das Haus umziehen! Da wir ein Lufthaus haben, können wir einfach das wohin tun, wo wir wollen! Löst die Seine! Ja! 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 Ich glaube, das euch da woanders überlegt! Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Was soll ich das denn? Da kommt man einmal vom Einkaufen und hast ja noch nicht mal einen Parkplatz mehr! Die ticken ja wohl nicht richtig! Das ist mein Haus und mein Parkplatz! Ey! Was macht ihr? Was soll das? Mann! Du machst was? Fahr zurück! Unser Haus! Und das ist mein Parkplatz! Was ist das? Habt ihr Miete gezahlt oder irgendwas? Junge! Alter, das Haus! Mann! Stopp! Wir zielen wieder zum alten Spot! Scheiße! Wir wohnen jetzt alleine! Hallo! Scheiße! Wir wurden aufgeräumt! Oh mein Gott! Nein! Das ist mega gut! So! Wir wollen hier so wohnen! Das ist nicht mega gut! Das weiß doch, dass das scheiße ist! Raus hier! Wir wohnen jetzt alleine! Raus! 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 Wir sind jetzt alleine! Das heißt, wir haben unsere eigenen Regeln! Unsere meinen Sachen! Meine Regeln! Gammelig seid ihr! Ist doch nicht gammelig! Oh! 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 Okay, meine Freunde, es ist Nacht geworden! Wie ihr seht, wir haben hier keine Lichter drin! Die hätten wir vielleicht noch klauen müssen! Ne, ist ein bisschen geisteskrank geworden! Hier ist so eine geile... Ich möchte wieder zu Mami und Papi! War damit, ist ihr nicht auch ein bisschen langweilig? Ja! Das ist doch, als ich dich ein bisschen mit meiner Party genervt habe! Ja! Wie wäre es, wenn wir jetzt gemeinsam Party machen? Ja! 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 Okay, meine Freunde, lasst uns die Party beginnen! Das spielt so ein Tisch an! Let's go! Was macht ihr? Ich zieh aus den Strom ab! Was macht ihr? Ich zieh aus den Strom ab! Nein! Der Strom ist aus! Ey, nein! 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 Nein, Flaschi! Nicht der Strom! Nicht der Strom! Nein! Scheiße! Das heißt, wir müssen jetzt in diesem Haus pennen. Let's go! Paul go! Egal, Leute, wir machen das Beste raus! Komm rein! Los, feiern wir rein! Ich hab mit Mami zwartze geklaut! Junge! Du wirst richtig sagen! Was macht ihr? Wir brauchen Sachen! Warum? Warum? Warum darfst du nicht so doof schlafen? Was ist das so doof schlafen? Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh! Und Mami und Papi sind nicht dabei! Das ist das. Okay, was hat's? Jetzt muss es wieder gehen! Jetzt muss es wieder gehen! Es ist einfach eine Sekunde drauf geblieben! Ja! Was ist das? Das stimmt! Das stimmt! Das ist richtig! Disco-Pago-la-la-la-la-la-la-la-la-la-disco-pago-la-lo-lo-lo-lo! Läuft's eigentlich!